moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem kurzen video zeige ich euch wie auf firebase z die erste tür überspringen können in der ersten runde und zwar seht ihr hier mit den fäusten komme ich da nicht hoch leute wenn ich hier hin renne schaffe ich es nicht jedoch wenn ich jetzt diese neue nahkampf verfarbe die sei oder wie man sie ausspricht dann kommt ihr hier sie hoch einfach rennen und springen ihr kriegt so einen kleinen bus beim sprung und können so ganz easy die erste tür überspringen leute so wie ihr diese zeit bekommen zeige ich euch jetzt auch einmal und zwar sind die am hautmenü oben die zahlen und ihr habt hier neun missionen die müsst ihr dann alle erledigen dann bekommt ihr diese zeit so das war es noch mit diesem video ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten video leute ciao